Aufregung am Dienstagabend im niederösterreichischen Moosbrunn. Im Gebüsch werden Leichenteile entdeckt. Die sterblichen Überreste stammen von einem Menschen. Das Landeskriminalamt samt Tatortgruppe rückt an. Die Leichenteile werden unter der Ortstafel von Moosbrunn bei Wien entdeckt. Auch an einer zweiten Stelle werden Knochen gefunden. Kurz vor 22 Uhr rückt der Leichenwagen an und transportiert die Teile anschließend weg. Jetzt werden die Spuren ausgewertet. Die sollen die Hintergründe zum Fund klären. Laut Medienberichten soll auch ein Schädel unter den Überresten gewesen sein. Woher die Knochen stammen, ist jedoch völlig unklar. Von ausgegrabenen Knochen am Friedhof bis hin zu einem Verbrechen ist alles möglich. Eine offizielle Stellungnahme seitens der Polizei steht noch aus. Ermittlungen laufen.